Wollen wir noch eins gucken? Bockt eigentlich gerade. Lass doch gucken. Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir mit ein paar Freunden ein Wohnmobil ausgeliehen und wir fahren damit zusammen durchs... Ehrlich? ...Skandinavien. Ja, hab ich noch gar nicht gehört jetzt. Ja, krass. Und heute haben wir Tag 3 und wir wollten eigentlich nur entspannt ein bisschen Burger braten, aber Hugo war irgendwie komplett in seiner Milka-Psychose drin. Und am Ende haben wir uns sogar noch in so einem Horrorwald verfahren. Wilder Tag auf jeden Fall, Freunde. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Tag 3. Geht euch mal rein, bitte, wo wir sind. Aber wie random und süß, dass einfach Hugo so mitgekommen ist. Heilige Scheiße, Freunde. Wir sind an einem übelst geilen Campingplatz am Wasser. Will jemand schon duschen? Gehen? Ich schaue Helfel zu. Ja. Boah. Das klingt gerade übelst krass, als hätte der gar... Also, wäre das gar nicht auf seinem Plan gewesen, überhaupt zu duschen. Und jetzt ist er so, ich glaube, ich muss duschen. Die Jungs fragen mich, ob ich duschen will. Ich glaube, ich muss duschen. Musst auch nicht, ne? Ich zwinge jetzt nicht. Willst du deine Eier noch weiter einmarinieren lassen? No. Könnt ihr mal kurz googeln, wie man ein Bett desinfiziert? Weil ich muss nachdem Hugo weg ist, da auch noch pennen. Ne, Mann, ich muss unterpennen. Ich kümmere mich um die Birdies. Machen wir echt Birdies. Ihr kümmert euch um eure Körper. Was denn? Machen wir wirklich Birdies jetzt? Wir machen jetzt Birdies jetzt. Milka. Was für Milka? 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 Ja, ich habe gerade nicht so Bock zu kochen, aber einer muss kochen. Ich mach's. Einer muss kochen, bei dem das Essen dann auch schmeckt. Ey, dicker. Hugo, hast du schon mal gekocht? Natürlich. Was hast du gekocht für Gerichte? Alles. Nudeln mit Scampis, Birdies. Du hast recht, du bist qualifiziert. Das ist doch die Legende. Ich kann wirklich kochen. Alles, was Hugo sagt, ist irgendwie lustig. Übrigens, wenn ihr sehen wollt, wie ich kochen kann, habe ich hier dieses Highlight. Finde ich auch geil. Das war richtig nice. Da habe ich Kuchen gemacht und dann ist das hier passiert. Das war auch nice. War auch geil. Und dann ging es weiter und dann hat mein Ofen gebrannt. Das war auch sehr cool. Und dann habe ich Pfannkuchen gemacht und das war auch ziemlich nice. Und dann habe ich Fischstäbchen gemacht. Die sehen auch echt gut aus und die waren super lecker. Und dann habe ich zum Abschluss, hat dann noch mein Herd gebrannt. Und dann habe ich aufgehört zu kochen. So, was? Äh, nein. Fehler Nummer eins. Warum? Fällt dir das auf? Der Grill ist ab ohne. Sonne. Sonne. Hast recht, Digga. Sonne, übelst dumm, Digga. So, der kriegt Sonne. Ja und? Der explodiert. Bro, die steht fünf Minuten in der Sonne. Das Ding explodiert nicht hier. Oh, er ist hier 1010 Grad oder so. Hier explodiert gar nichts. Die Sonne ist drei Millionen Grad. Wer länger seine Hand dran halten kann. Schnell. Oh mein Gott. Da können doch so Flammen hochgehen. Oh mein Gott. Warum Frauen länger leben als Männer wirklich? Hä? Hä? Nein. Ich hätte noch halten können, Mann. Ja, wer noch? Nein, ist so heiß. Ist so heiß. Fünf Gründe, warum Männer früher sterben, Alter. Ich will das auch mal probieren, dieses Green Force. Ist das geil? Ich habe das noch nie probiert. Da wollen alle Käse, ne? Alle Käse. Ich hole mal den Käse. Ist Kevin nicht vegetarisch? Wer sagt's ihm jetzt? Ah ja. Meinst du, ich kann das so flippen, dass es so Salto macht? Ja, schaust du. Ohhhh. Das ist ehrlich krank. Also das ist insane. Also das ist wirklich insane. Ich kann das so flippen, dass es so Salto macht? Ja, schaust du. Ohhhh. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wusstest du, war klar? Wusst ich? Krass. Wusst ich? Richtig krass. Boah, fuck, das ist ein Kunstwerk. Wow. Sieht das lecker oder straight up disgusting aus? Weil da ist sowas drin. Aber es sieht eigentlich lecker aus. Aber das hier, das hier, da krieg ich ja ganz viel schlechte Emotionen. Das ist ein work of art. Okay, ist er fertig? Fertig. Oh, aber der sieht geil aus. Ja, sieht Baba aus. Hm. Boah. Fugo, das ist mir übelst geil. Danke, Mann. Ja, aber wecker ich, dass das nicht Fleisch ist. Also nicht, nicht Fleisch. Also ich lieb nicht Fleisch. Meinst du? Ja. Es ist kein Fleisch, Bro. Ja, ich weiß. Lecker dafür, dass es nicht Fleisch ist. Ja. 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 Habt ihr Shampoo? Äh, doch Bro, ich hab da vorne schon. Wenn du da vorne seist, du mein Muturbeutel... Wieso? Ist fast alles, was Fugo sagt, in diesem Stimmton von wegen Mama hab gekotzt. Habt ihr Shampoo? Äh, doch Bro, ich hab da vorne schon. Wenn du da vorne seist, du mein Muturbeutel, da kannst du mal reitspannen. Muturbeutel, was ist das? Eine Waschtosche, Digga. Waschtosche, was ist das? Nehst du das? Wie, wie sieht das aus? Du, dann ist so ein Beutel halt. Du sitzt da vorne, Bro. Ja, ich besitze doch was gar nicht. Hä? Was machst du dazu denn? Digga, ich pack mein Shampoo einfach in meinen Koffer. Und Zahnbürste? Oh mein Gott. Auch? Bro, ain't no way. Ja gut, dann haben wir das vorne wieder gelöst dann. Bruder, ist das mein Kulturbeutel, Digga? Ah! Bruder, das ist unser Körper für die GoPro, Digga. Mach ich auch. Was? Zahnbürste zu den Schuhen? Nein, jeder hat Kulturbeutel. Was? Dann sind ja eure ganzen Sachen verteilt im Koffer, wie unentspannt. Und eure Zahnbürste berührt dann auch so Sachen. Nein, das ist ein Scherz. Das ist gerade Content Hugo, der die Kontrolle übergenommen hat, oder? Ja, du Süßer! Wow! Stark! Schau mal da rein, da müsste irgendwas zum Waschen sein. Toni, Männer nehmen eins in 19 Shampoo mit und das war's. Ja, mit dem tun sich auch die Zähne putzen dann. Waschen ist doch das Schlimmste, Digga. Ich sag mal irgendwas zu finden, was sich automatisch abwischt. Weiß niemand, ob es in Norwegen Milker gibt? Digga, ja, safe. Nein, Milker ist glaube ich deutsch. Safe, also das gibt es international. Du sagst es mal, Digga, das wollte ich auch was sagen. Oh Gott! Ey, Bro, was geht? Ey, das ist was für Tellerdreckiges vom Inge. Können wir eine Tankstelle? Ich will Milker. Ich brauch Milker. Was ist denn mit dir? Digga, ich will Milker essen. Hugo, du hast ein Rate bekommen von Mr. Schuld. Ey, Mr. Schuld! Oh no! Okay, du musst wieder abwaschen. Digga. Du nimmst wo, du. Guck dir auf! Digga. Digga, ist nicht dein Ernst. Wir schaffen es wieder erst um zwei Uhr nachzuschaffen. Du hast einsteigend. Wir gehen aber an der Tankstelle, ne? Nein, ich mein's ernst. Ich brauch Milker. Digga, du bist wie ein Videospielcharakter. Wie kannst du mit echter Mensch sagen, Digga? Hä? Was denn? Chamanga ist unser Hauptziel. Da ist der nächste Campingplatz roundabout. Und auf dem Weg dahin Wasser kaufen. Das sieht grad aus wie so ein Video, wenn du auf dem Laufband im Gym bist, dann wählst du so eine Joggingstrecke aus und das ist die dann. Und dann laufen da so random Frauen vorbei und es ist auch Sonnenuntergang. Auf dem Ziel. Da ist der nächste Campingplatz roundabout. Und auf dem Weg dahin Wasser kaufen und Milker-Schokolade kaufen für Hugo, der schon den ganzen Hack in den Ohren hängt, dass wir Milker-Schokolade kaufen sollen. Ey, allerdings ist ein riesiger Supermarkt. Ja, ja, ist auch der wahrscheinlich. Okay. Oh, mega. Äh, dritte Ausfahrt, glaub ich. Dashcam-Compilation. Okay. Ziel erreicht. Ja, wirklich. Das ist so ehrenlos, Digga. Ich war heute mit Crocs auf dem Morningwalk. Dann hatte ich keinen Bock mehr, noch meine Schuhe zu wechseln. Bin deswegen mit Crocs dann zum Café gefahren. Bin mit Crocs durch die ganze Stadt gefahren. Bin mit Crocs zum Strand. Ich hab das dann durchgezogen. Das waren dann meine Schuhe bis 16 Uhr. Wirklich? Wie so ein fucking Anzealer. Milker. Alright. Bruder, hier ist nicht Milker bei Thema Pastaabteilung. Doch, doch. Das ist neu. Die räumen das manchmal um. Wow. Digga, man kann sich hier gemischte Tüte machen. Okay, krass. Boah. Digga, krank. Junge, die Auswahl ist krass. Kein Milker. Digga, die haben für real kein Milker hier, ne? Es gibt Kinder... Boah, Alter, mein Auge sticht grad voll. Schokolade. Wir haben das nicht hier in Norwegen. Wir müssen zu dem Supermarkt, den du gehoogelt hast. Tschüss. Sag Hugo, dass ich gerade an der Milketafel fresse und es genieße. Freunde, wir haben gerade entschieden in einer halbstündigen Diskussion, dass wir jetzt heute nicht auf dem Campingplatz fahren, sondern wir fahren spontan in den Wald. Weil Hugo hat sich gewünscht, dass wir heute ein Lagerfeuer machen. Und deswegen schlafen wir heute im Wald. Okay, Hugo. Ja. Ey, warte oder pflicht? Warte. Hast du deine Eltern schon beim Ficken gesehen? Ne, nicht mal gehört. Wollt ihr gehört? Ne, gar nicht. Krass. Hast du deine Eltern schon beim Ficken gesehen? Bade oder pflicht im Wald? Das wird so geil. Ne, flaschen wir im Wald. Oh, dann küssen wir uns alle. Ja. Geil. Picken. Was? Deine Hose ist ... sorry. Was ist jetzt eine Rasensperrung? Brett Last. Was heißt Brett Last? Brett Last stand da. Ah, breite Ladung. Ah. Kommt hier so ein Lkw. Wow. Mr. Worldwide einfach. Was transportiert der? Der hat so einen Garmin-Stapler dabei oder so, ne? Das heißt ihr sollt vorbei brettern. Wie lange fahrt ihr durch Skandinavien? Äh, noch neun Tage. Sind wir in Skandinavien? Ja. Digga, was? Bruder, hast du gerade gehört, ob wir in Skandinavien sind? Ja. Digga, wir sind seit zwei Tagen in Dänemark und Nordfliegen unterwegs doch. Ja, was ist Skandinavien? Ja, ja. Sozusagen in Nordeuropa. Ja, da ist einer rechts, fahr rechts. Das ist eine Tankstelle, das ist eine Tankstelle. Ja, egal, gib Marshmallows, mach. Nein, nein, nein. Diese Donuts sind auch so verwirrend. Eure Stimmung ist gerade etwas low. Ihr braucht einen richtigen Trucker-Track. Wir rambling, I'm and brother banned. In Klammern. Ich habe keine Freunde. Ja, egal, gib Marshmallows, mach. Nein, nein, mein Gefühl sagt mir, das sind Marshmallows, for real. Dann tanken wir hier jetzt einmal kurz auf. Oh nein, Hugo, oh nein. Bro. Sie hatten keine Marshmallows. Und stattdessen hast du dir das Elevate 3.0 Nackenkissen gezogen, oder was, Digga? Das sieht so lustig aus. Oh mein fucking Gott, ich scheiß mir die Hose zu. Warum fährt eigentlich Noretsmann? Weil er Bock drauf hat. Noretsmann, du würdest uns ja sagen, wenn du keinen Bock mehr hast, oder? Dann fahr ich. Ich habe auf dieser Tour seit Tag 1 keinen Bock mehr. Aber das ist derselbe Laden, das ist so eine Kette. Würde dir vom Ding her sagen, man ist das, was wir nicht von hier sind? Tum, wie du aussiehst. Also ich supporte viele Style-Choices, aber das Oberteil ist es nicht, ehrlich. Tum, wie du aussiehst. Ich muss sagen, an Hugo ist es nicht. Also Hugo sieht aus wie ein Einheimischer, würde ich sagen. Ich hoffe, du schlagst schneller in die Fresse. Das ist wirklich dafür, ne? Bitte. Aber auch einfach wegen der Farbe, würde ich sagen. Bro, das ist die erste Sache, das können wir nicht machen. Hä, das ist extra dafür. Da steht, um in die Fresse zu schlagen. Steht wahrscheinlich hier, oder? Hallo, für free. Nehm mit. Hebe auf, hebe auf, hebe auf. Hebe auf, ja, nehm mit. Oder wir können keine random Kartoffeln. Doch, ich hatte doch eine Bombe drin. Ich hatte doch Kotten. Ja, und dann, wir können doch nicht eine Kartoffel bauen. Lass die Kartoffeln so in Alufolie ins Lagerfeuer. Ja? Hast du Alufolie? Ja, okay, machen wir. Wir nehmen die mit, wir nehmen die mit. Scheiß drauf. Ich weiß noch, als wir das beim Camping-Stream mit Nova probieren. Das war so ein geiler Stream. Dieser Camping-Stream mit Nova war so geil. Ich weiß noch, als wir das probiert haben, da diese Kartoffel zu machen. Es war Krise, es wurde einfach nur schrecklich. Es war einfach roh und verbrannt alles. Hey. Hey. Alter, ey. Can you speak to my pronto? Can you speak there its translator? Oh, Moment. Warte, warte. Warte, warte, warte. Das funktioniert, das funktioniert. Das war englisch. Es ist so random. Ja, das kann man rein. Komm, Hugo. Wer? Ah, scheiße! Er hält einfach dran. Was soll er sagen? Könntest du dich auf dein Handy hinhalten? Und wir kommen... Ich hab's mir nicht Intro einspägt. Wir waren YouTube-Fan. Yes? Visiting? Und wir kommen jetzt hin. Ich glaub Dominik hat keine Ahnung, was gerade gesagt wurde. Die Furries. Und atmosphärisches Segelboot, das zu den fremden Dingen segelt. Die da draußen gehen. Super cool für die Schule. Musical auf hellem Sofa. Einfach Amazon-Produktbeschreibung. Kaffee-Instrument zum Boden. Farbe rund. Unser Handy ging gerade leer. Und was ihr verpasst habt, er wollte nochmal in unser scheiß Wohnmobil rein gerade. Er hätte fast die Tür aufgerissen, wenn Hugo ihm nicht die Tür aufgemacht hätte, Bro. Er wollte aufmachen, ich hab aber gegen gehalten, Digga. Er ist auf dem Dach! Was denn? Er ist auf dem Dach! Bro, ich dachte wirklich kurz, Digga. Wenn das passiert, dann geb ich Vollgas. Deine Hose ist nass! Komm mal ins Haus rein. Weil wenn wir hopski, dann er auch mit uns. Digga. Dominik, sag mal, sag mir alles nach. Außer bei dem Wort kaufen, sagst du anstatt kaufen K. Okay? Okay. Ich kaufe Tomate. Ich karr Tomate. Ich kaufe Haribo. Ich karr Haribo. Okay. Ich kaufe Mehl. Ich karr Haribo. Ich karr Haribo. Hugo's Humor ist so gebrochen, manchmal. Ehrlich. Ich karr Haribo. Ich karr Haribo. Ich karr Haribo. Ich karr Haribo. Ich karr Mehl. Ich karr Mehl. Bro. Ey, bist du dumm, dass du bei mir gehört, dass wir das nicht sagen. Oh mein Gott, Bro. Ist das der offizielle Weg, den wir fahren müssen? Oder das ist übelst creepy hier? Mach mal aus. Digga, mach wieder an. Boah, mach wieder an. Imagina, steht da hinten jemand. Beim Switch jetzt da hinten. Jedes Mal, wenn die Kamera kurz nicht auf Kevin war und Switch, denke ich, dass Kevin oben ohne da sitzt. Und das ist jedes Mal so. Dann kommt der näher. Hau auf. Hau auf. Hau auf. Da war jemand. Ich schwöre, da hat dir irgendwas bewegt. Hugo, halt dein Maul. Man, Digga, das sind diese Seitenlichter. Ja. Diese Stecker, die da hängen. Sieht aus wie der Anfang von einem schlechten Horrorfilm. Immer nicht so ein gutes Zeichen vom Ding. Wir sind da. Digga, wir sind da. Wir packen jetzt nicht an zwei so fucking Containern, Digga. Digga, die Puppe. Digga, bitte. Nein, bitte. Nein. Bro, what the fuck. Bro, what the fuck. Digga, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo, Mann. Was ist der Plan jetzt? Was machen wir jetzt? Jungs, wir sind hier gefuckt. Ich hab keinen Bock, das zu sein. Bruder, also ich seh jetzt das Lager vorher grad echt nicht so, Leute. Für Content, wir könnten den Weg da runter gehen. Ja, machen wir. Komm. Wir sehen aus wie die Größen. Für Content ist die beste und schlechteste Ausrede, die du im Stream ergeben kannst. Weil Leute hinterfragen es nicht. Leute akzeptieren das einfach. Und man treibt es ein bisschen zu weit manchmal raus. Vollidiot, Digga. Okay, wir sollten uns als erstes die Puppe angucken. Guck, die ist nett, die lächelt. Hallo. Jetzt guck mal hinter uns, Jungs, doch vorsichtig. Jungs, lass uns mal die Puppe auf. Ach, oh mein Gott. Ich hab mich auch erschrocken. Bitte, hört auf mit der Scheiße, Alter. Verdammt. Digga, no way. Ein Condom, oh, what the fuck. Hier war niemand fleißig. Digga, ich geh da nicht rein. Digga, das hat ne Tür. Im Märchen, du bummst neben dieser Puppe. Digga, oh mein Gott, der Knopf. Ich mach auf. Oder mit der Puppe. Da war jemand drin. Ich mach auf, ne? Ja, mach auf. Drei. Ihr müsst reinstehen. Drei, zwei, eins. Das ist ne Toilette. Das ist ne Toilette. Das sieht sogar echt clean aus. Lass die wir trotzdem mal zumachen. Warum ist denn ne Welle? Es ist ein Klo, Bro. Also ich will mal so sagen, dieser random Arschwald hat die Toiletten auf den Seiten länger offen, als auf den letzten Campingplatz. Ja, lass mal Feuer machen jetzt. Oh Digga, diese Hütte ist krass, man. Da ist so ein Sitztable in der Mitte mit so Grill und so. Hä? Wow. Papa Pi hat dich S gerankt. Let's f***ing go. Ich hab Angst, so ne Tierliste zu machen, weil mich Leute sonst hassen. Digga, was? Echt? Hä? Krass. Es ist einfach 21 Uhr auf so nem Gott verschissenen Dienstag oder Montag. Wir sind irgendwo im Arsch der Welt, Digga. Und bauen ein Feuer zusammen. Ich hoffe, das klappt. Digga, das wird klappen, 100%. Ruft mal Joris an. Auch stark. Liebe Grüße an der Stelle. Okay. Okay, brenn, brenn, brenn. Komm, bitte, 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 bitte. Okay, okay, ich glaub, jetzt geht's ab. Ja, es funktioniert! Ich glaub, es geht. Es funktioniert! Oh, ne? Ich glaub auch. Okay, wir müssen ready sein für größere Stöcke. Eigentlich müssen wir jetzt los auf größere Stöcke ready machen. Ah, tsch, tsch, tsch. Es fängt noch nichts Feuer an. Ja, was will er machen? Ein Baum fällen noch? Statt, Kinder. Ja, Digga. Ihr hättet jetzt schon Osterfeuer hier aufgestackt. Digga, wenn wir tolles Papier haben, können wir das einfach draufstecken. Hätte niemals gedacht, dass es so schlimmes Backseat-Gaming gibt bei Feuer machen. Der ganze Chat, es muss dichter sein. Enger zusammen, mehr Holz ready haben. Da passiert was! Das Holz brennt! Das Holz brennt! Holy shit! Das ist jetzt stark hinter Shit. Sorry, Leute. Ich hab kurz meine Lage übertrieben, Digga, das war Quatsch. Wir dachten, wir haben das Feuer verloren, aber dann kam kein Wesen. Das hat's gerettet. Ich muss sagen, der Wesen, da hab ich's wirklich selber gemerkt, Leute. Das war Quatsch. Ich erinnere mich noch dran, als wir in einem Stream in so einem Airbnb waren. Und dann hab ich ein Streichholz angemacht. Und dann wollte ich, dass es mehr brennt. Und dann hab ich's einfach rausgepustet. Ich dachte, ich geb dir ein bisschen Sauerstoff dazu. Die ganze Klopapierrolle. Mann, Digga, nein. Wenn wir jetzt die ganze Klopapierrolle unten reinmachen, dann brennt es no joke. Ja, Bro, klar, wenn wir einen Liter Diesel reinleeren, dann sind's auch so. Ja. Okay, Freunde. Dominik wird jetzt nochmal ganz kurz hier ein kleines, äh... Okay. Was auch immer das war. Dominik wird jetzt hier nochmal einen kleinen Gedenkspruch machen ans Feuer. Dass wir es trotzdem appreciaten und es mögen. Hugo geht's gar nicht gut, Digga. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Doch dein Ende, lieber Stamm, war schon lange gekommen. Manu, wo halte ich nicht essen? Wir versuchen hier grad einen Moment zu haben. Adieu, liebes Feuer. Bro, dann kannst du kürzer machen, wir dürfen nicht die Watchtime kill auf YouTube. Adieu. Ja, alle, die auf YouTube sind. Leute, wir haben leider das Feuer nicht geschafft. Superschade. Morgen geht's weiter, da fahren wir nach Stavanger und so weiter. Kommt da einfach rein. Geilu! Das war's jetzt wirklich. Ja, nice, Mann. Den Rest müssen wir dann nächste Woche gucken. Voll geil, aber...